...Defurance, Blue Dye, Solar Panel, also ja, das kenne ich ja, das ist der Basic, cool, der Basic Circuit, Nether Quartz, okay, Nether Quartz habe ich nicht, aber sonst ist das eine schöne Alternative zu den normalen Teilen, Solar Panel, was gibt es denn noch, ja, okay, dann baue ich mir das originale, hallo, ich hätte gerne, ah, da ein Solar Panel, so, ich baue mir am besten, machen wir mal vier, also vier Zinn-Kabel, ich nehme mir einfach mal das raus, was ich brauche, ich brauche, auf jeden Fall brauche ich, Abslazuli, nein, das Ding da, dann brauche ich, boah, es ist jetzt dumm, wenn man das nicht mehr, Kupfer brauche ich, dann brauche ich, kein Aluminium, sondern Zinn, Zinn war, glaube ich, Block of Bronze, Block of Zinn, so, was fehlt mir noch, mhm, Iron, so, und mir fehlt natürlich Holz für eine, eine, Tree Trap, so, ich gehe inzwischen mal wieder ins Bett, weil es dunkler wird, und dann werde ich mal schnell meine schönen Sachen bauen, dazu kommen dann am Ende auch noch so verschiedene andere Sachen, würde ich mal sagen, wo ist meine Tree Trap, da ist die Tree Trap, gut, mal gucken, was ist hier so schön, es gibt, nichts, hallo, nichts, 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 da, das sind zwei Stück, schön, ähm, ja, ich habe mir sagen lassen, dass diese Löscher, wenn man die auflässt, viel schneller wieder, mit diesem Zeug gefüllt werden, ansonsten werden die Bäume einfach nur sehr lange brauchen, um das Ganze zu produzieren, deshalb lasse ich, duke ich jetzt nicht nochmal auf das Loch, also ich habe jetzt vier Stück, naja, es geht, so, Extractor, 31, lass mal den dran, 33 Rubberwood, 25, 10, es geht ordentlich, die läuft, äh, vielleicht soll ich mir noch, ein Crafting Table hier hoch, äh, oben bauen, mit ein bisschen Holz, ein bisschen Holz im Inventar haben, falls ich das brauche, gleich, ich weiß ja nie, man weiß ja nie, genau, was kommt, so, der Crafting Table, äh, wird hier hingestellt, so, als erstes brauchen wir Coal Dust, ich wette, ich habe keine Kohle, ich wette es, ich wette es so stark, Kohle, keine Kohle, oh, Rubberwood, aber keine Kohle, und auch noch keine Kohle, hmm, hier haben wir auch keine Kohle, was mache ich denn jetzt, also, heute wird es wieder mal keine, normale Folge, denn wir gehen, alle unsere Sachen wegbringen, und Kohle farmen, und natürlich auch, in die richtigen, Stellen, denn wir brauchen ja, für beide Sachen, wir brauchen ja für, für, für unser, für unser, für unseren Nano-Shoot-Anzug, und für unseren, für unsere, Solar-Ares, Kohle, wenn wir die nicht haben, ist das Ganze scheiße, und deshalb, wir gehen Kohle farmen, und ich habe mir überlegt, ich gehe, in den Schlitz da vorne, ich habe jetzt natürlich, keine Lampen mit, nichts dergleichen, was mir irgendwie, was mich irgendwie schützen könnte, hier ist keine Kohle drin, die Welt lädt überhaupt nicht nach, da hinten ist Kohle, gut, wo war mein Weg nach unten, hier, da ist auch noch Kohle, gut, ähm, ich hoffe, die Steine haben jetzt, keine Gravitationsfähigkeiten, oder so, und hier kommt, jetzt kein, Zombie, oder so raus, denn, ich muss, natürlich ist die genau unter uns, was machen wir jetzt, natürlich fallen wir runter, da ist Kohle, kommen wir hier runter, ohne irgendwie zu sterben, ein bisschen Kohle, einmal abbauen, für mich eine Angreif, bin ich im Arsch, da vorne auch noch das bisschen Kohle abbauen, und dann, naja, zumindest habe ich Resistance drauf, gerade, so, und jetzt hier wieder hoch, komm, und raus hier, boah, ich hab so Schiss gerade, dass ich irgendwie runterfalle, das ist immer so ein Albtraum, man hat sich gerade alles erfarmt, und stirbt dann durch eigene Dummheit, komm, lauf, lauf, du kleines Stück, unbedeutendes Stück, irgendwas von irgendwas, irgendwas von irgendwas, euch kann ich nicht gebrauchen, wir haben Kohle, wir haben keinen Sand, das ist das nächste Opfer, wir brauchen Sand, wir brauchen Sand, äh, Furance Macurator, 25 Kohle, das geht ja einigermaßen noch, 35 davon, ist auch noch gut, so, als nächstes holen wir uns Sand, haben wir hier noch Sand drinnen, 3 Sand, Sandstone, schade, dann, naja, wir haben ja genug vor der Tür, einmal kurz, Sand holen, wie schön es ja auch immer ist, wir holen uns Sand, um damit Glas zu machen, 38, ja, es geht, ich wette, wir haben jetzt irgendwo noch Sand rumliegen, nein, wir haben sogar gar keinen Sand rumliegen, puh, so, Macurator arbeitet, Steak, lecker, das Traktor ist fertig, Macurator arbeitet, das Ding arbeitet auch, alle sind glücklich, alle sind super, alle sind froh, so, wo waren jetzt meine ganzen Blocks nochmal, Iron, 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 Zin, Kappa, Zin, Zin, Kappa, Aluminium brauche ich nicht, Gold brauche ich wahrscheinlich auch nicht, so, nehmen wir uns unseres schöne Teil und gehen mal, fangen wir mit der RI Batterie an, Isolite, Zin, Cable, da brauchen wir vier Stück von, machen wir sechs, da, oh, wir haben lieber noch einen, dann brauchen wir, da können wir uns einfach vier, äh, Zin, da, ich glaube, da macht man, ja, so, so, drei, ja, schön, das Teil, so, nein, bitte die Cable, so, haben wir vier von, reicht schon mal fürs Erste, so, als nächstes, kommt, und, 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 und,